Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur BrickStory. Heute mit einem richtigen Retro-Katalog und zwar dem Lego-Katalog aus dem Jahr 1983. Heute gucken wir uns einen alten Lego-Katalog an. Ich habe dazugelernt, heute ist das Ganze digital und einige von euch werden sich sicherlich darüber lustig machen, dass ich nicht alle Themen, nicht alle Sets aus diesem Katalog kennen werde, beziehungsweise nicht eine so große Bindung wie zu den vorherigen Sets dazu haben werde, weil das natürlich alles vor meiner Zeit ist. Das muss ich an der Stelle halt nochmal einwerfen. Ihr könnt ja gerne lustige Kommentare schreiben, wie ihr das immer auch macht, was ich alles nicht kenne, aber trotzdem gucken wir uns das mal aus heutiger Perspektive an, ob das wirklich damals goldene Zeiten gewesen sind und ob man heute vielleicht sogar noch damit spielen kann mit den Sachen, die hier drin sind. Und das werden wir alles herausfinden und was ihr als erstes hier direkt schon mal sehen könnt, das ist das Titelblatt von diesem Lego-Katalog und ihr seht direkt, da sind keine Sets abgebildet. Da ist das Lego-Logo zentral in der Mitte und drumherum stehen Kinder. Ihr könnt sehen, die Kinder, klar wir haben hier unten Baby, Kleinkinder und dann halt auch ältere Kinder. Ich würde schon fast sagen, dass er schon jugendlich ist, der da oben hier. Man möchte hier, denke ich, also ich denke mal, dass es früher komplett anders war, wie man die Leute im Laden dann tatsächlich angesprochen hat. Ich glaube, das war jetzt eher so eine Sache, der Katalog, der war eher dann für Leute, vielleicht für Eltern gerichtet, die halt Kinder haben, die in einem ähnlichen Alter wie hier gewesen sind. Wofür genau dieses 10p in der Ecke steht, das würde mich sehr interessieren. Falls ihr das wisst, schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Klar, ich konnte dazu leider nichts finden. Und ihr seht auch hier, da wurde früher dann noch explizit erwähnt, dass es halt Lego Duplo noch mit in diesem Katalog gibt. Hier vorne seht ihr dann direkt Duplo und Lego Toys from 0 to 14 years. Das heißt, der ist wohl hier 14 Jahre alt. Der Kollege, ja gut, heute ist er wahrscheinlich wesentlich älter als 14 Jahre, aber damals ist er 14 Jahre alt gewesen. Ich würde mich immer streiten, ob Lego tatsächlich nur für Kinder geeignet ist. Ich meine, heutzutage sprechen sie ja speziell A-Falls auch mit verschiedenen Sets an, aber damals war es wohl noch nicht so weit. Trotzdem muss ich sagen, die erste Seite hier, die überspringe ich eigentlich immer auch in den heutigen Lego-Katalogen, weil da immer nur so Gelaber steht von irgendwie, ah, wir tun das und das, um Kinder anzusprechen und so weiter. Also das liest sich, glaube ich, kein Mensch wirklich durch. Das machen dann heute solche Marketing-Leute, die halt unbedingt so eine erste Seite haben wollen. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Inhaltsverzeichnis. Wir werden sowieso alles durchgehen, aber ich sehe schon hier, oh, Züge. Also es sieht einfach, auch wenn man jetzt nur hier die kleine Verpackung sieht, das sieht einfach grandios aus. Dann haben wir hier die erste Seite mit Lego Duplo. Ihr seht viel, viel Text hier damals. Es steht hier alles, a child begins to play almost from birth. Das ist sehr klar. Also ich hatte mein erstes Duplo-Set, glaube ich, mit zwei. Ich weiß gar nicht, wie alt ich genau war. Es gibt jedenfalls so ein Bild an Weihnachten, wo ich mit meinem Vater unter dem Tannenbaum liege und da hatte ich irgendwie so ein Duplo-Zoo oder sowas bekommen. Das kann ich mich noch genau daran erinnern. Da haben wir hier die ersten Spielsachen. Ab drei Monaten kann man damit wohl spielen. Haben wir hier einen Flower-Rattle-Teaser. Was genau man damit machen soll? Keine Ahnung. Ach genau, damit kann man wohl das nach oben fahren und hier kann man das drehen und dann kreiselt das da in der Mitte so rum. Sowas ähnliches hatte ich damals, glaube ich, auch, aber nicht von Lego. Dann kann man hier natürlich an dem Kreis noch drehen. An der Kugel noch drehen, genau. Das ist ja dreidimensional. Hier haben wir dann verschiedene weitere Sachen für Babys. Einmal hier so ein Fahrding mit solchen Kreiseln unten dran. Sowas ähnliches hatte ich, glaube ich, damals auch. Also natürlich nicht das hier jetzt, aber ihr versteht, wie ich es meine. Dann, ach cool, guckt euch das mal an, dass es sowas heute nicht mehr gibt. Ja, könnt ihr das in die Badewanne mitnehmen und dann, wenn ihr es in der Badewanne drin habt, dann passiert halt was dadurch, dass halt das Wasser dadurch fließt sozusagen und Reibung verursacht etc. Ihr kennt mich, ich bin das Physikgenie, deshalb kann ich das genau erklären. Dann haben wir hier Put Together and Take Apart. Das ist dann wohl das erste mit Bausteinen. Ja, genau, das andere hier oben sind nur Fertigsachen sozusagen. Hier könnt ihr dann auch erst mal diese Figuren aufeinandersetzen. Diese Figuren da, davon hatte ich damals tatsächlich auch welche. Ich glaube, als ich so in dem Alter war, da gab es diese Figuren nicht mehr von Lego Tublo, aber ich hatte mal so eine Figur, wahrscheinlich auch aus so einem Konvolut. Da könnt ihr dann auch das Ding durch die Gegend ziehen. Die Schnur ist jetzt ein bisschen sehr kurz zum durch die Gegend ziehen. Und dann gab es hier verschiedene einzelne Sets. Und ihr seht schon, damals wurden hier keine Preise angegeben. Das war beim Playmobil-Katalog früher, glaube ich, genauso. Heute weiß ich nicht mehr, ob es immer noch so ist. Das nervt mich immer, wenn im Katalog keine Preise drin sind. Dann haben wir hier die einzelnen Sets nochmal schön mit Haltegriffen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Level von Lego Tublo Sets. Auch wieder hier könnt ihr dann sehen, diese kleinen Knöpfe, die dann halt hier in die Schule gehen und so weiter mit den einzelnen Autos. Dann hier Playhouse. Schaut euch das mal an. Sowas hat nämlich tatsächlich Playmobil auch immer. Da war ich immer so ein bisschen neidisch auf meine Schwester, dass sie sowas hatte. Ihr könnt halt hier innen drin eure Sachen reintun und dann das ganze Ding zuklappen. Und dann halt das Teil hier oben mit den Hänkeln mitnehmen. Das fand ich immer sehr, sehr cool damals. Das hatte Lego tatsächlich auch mal. Das ist wieder was Neues für mich. Dann haben wir hier einen Supermarkt. Da war es natürlich alles bedruckt. Das sind dann halt diese, ich glaube, zweimal zwei Dublo-Steine. Ne, zweimal eins mal zwei Dublo-Steine. Dann der Living Room, auch alles mit bedruckten Teilen. Es sieht irgendwie so alles so aus, als ob die gerade im Einkaufsladen sind. Also das sieht aus wie so ein Regal im Einkaufsladen. Das hier ist ein Regal im Einkaufsladen. Und das sieht genauso aus, obwohl das halt hier die Schule ist. Nun ja, trotzdem auch nette Sachen. Vor allen Dingen, also hier hätten mich auf jeden Fall mal die Preise interessiert. Sind da wahrscheinlich noch nicht in unserer heutigen Währung. Aber auf jeden Fall geht es noch mal weiter hier mit dem Bauernhof. Auch der Bauernhof eine klasse Sache damals gewesen. Hatte meine Schwester aus Holzbausteinen damals. Das war auch sehr, sehr cool damit zu spielen. Kann ich mich noch an erinnern. Dann hier noch mal eine Garage. Ach genau, hier fährt dann ein Auto rein. Hier haben wir dann noch mal einen Kran, der dann Sachen verladen kann. Sowas ähnliches gibt es ja auch in der Lego City-Reihe. Habe ich damals auch mitgespielt. Hat auch Spaß gemacht. Hier so einen Kran hatte ich für die Brio-Bahn, für die Eisenbahn tatsächlich. Und dann hier verschiedene Feuerwehrautos. Feuerwehrautos sind natürlich auch immer wichtig. Aber ihr seht schon, also in dem Katalog ist sehr, sehr viel Duplo drin. Also ich habe den einmal ganz schnell durchgeblättert, um halt zu gucken, ob das was für ein Video ist. Und sehr viel Duplo auf jeden Fall vorhanden. Und auch früher, könnt ihr hier sehen, die Eisenbahn war noch nicht mit Motoren ausgestattet. Und das ist für mich immer so ein bisschen so ein Minuspunkt, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Aber ich weiß natürlich nicht, wie damals die Verhältnisse waren. Ob das jetzt State of the Art war, dass man da halt Motoren reingebaut hat oder nicht. Jedenfalls hier ohne Motor. Der eine Zug sogar ohne Schienen. Und schaut euch das mal an. Ihr konntet damals einen, da waren nur vier einzelne Schienen drin. Vier Geraden oder vier Kurven. So muss das sein für einen halben Kreis. Das gefällt mir richtig gut. Heutzutage sind solche Sachen ja entweder immer schweineteuer. Oder es gab dann halt auch irgendwie solche flexiblen Schienen oder so ein Kram. Nun ja. Dann haben wir hier die ersten Basics Sets. Das heißt heutzutage dann würde ich sagen Creator oder halt diese andere Starter Reihe. Das sieht ganz nett aus. So eine Verpackung mal in der Hand zu haben, ist glaube ich auch ein cooles Erlebnis. Man muss natürlich sagen, wenn man damit früher gespielt hat, dann ist es jetzt wahrscheinlich alles Kindheitstraum. Aber wenn man das noch nie in der Hand gehabt hat, dann sieht das halt hier für heutige Verhältnisse sehr, sehr stumpf aus. Aber immerhin ein LKW mit einem Baum hinten drauf kann man auch mal machen. Dann haben wir hier nochmal die einzelnen Boxen ausgeweitet. Ich glaube, es kann sogar sein, dass meine Mutter damals mit so Sachen gespielt hat, weil ein paar von diesen Sachen, zum Beispiel diese roten Fenster hier, die gibt es glaube ich heute in so einer Art immer noch. Oder halt diese, genau diese 2x2er Steine mit den bedruckten Augen drauf. Die hatte ich tatsächlich damals auch in meiner einzelnen Bausteine Sammlung. Aber ihr seht schon, da gibt es halt keine so fertigen Sets, da könnt ihr halt alles mögliche draus bauen. Das sagt auch immer meine Mutter. Ja, wir haben damals immer ein Set gebaut und das am nächsten Tag wieder auseinander genommen, wenn ich dann da halt irgendwelche fertigen Sets baue. Dann hier, ach cool, sieht euch das mal an. Hier gibt es einen so einen Aufziehmotor, wo man dann halt mit so einem Dingses aufziehen kann. Ich hatte damals so einen Polar Express aus dem Ü-Ei, den man aufziehen konnte. Coole Idee, das hier auf jeden Fall auch. Dann hier auch, ihr seht, da kann man verschiedene Sachen immer draus bauen. Die wollen gar nicht, dass man eine Sache draus baut. Ja, das finde ich wichtig, aber mich persönlich spricht der Karton halt nicht so an, wenn man halt nicht so sieht, das kann man daraus bauen. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich mich jetzt so ein bisschen verändert habe in die Richtung A-Voll. Also jemand, der das einmal aufbaut und sich das dann halt gerne hinstellt und dann da Spaß daran hat, das anzugucken. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie Kinder heutzutage reagieren würden, wenn man halt solche Sets in der Art ausstellen würde. Dann haben wir hier nochmal so eine Show-Seite sozusagen mit ein paar Impressionen. Hier dann nochmal einzelne Sets. Nee, das sind keine Chromteile, habe ich mich gerade gefragt. Dann haben wir hier den Helikopter, haben wir hier nochmal einen Panzer sozusagen, oder was soll das sein? Ja, so sieht es aus, ein Kettenfahrzeug halt. Kettenfahrzeuge sind natürlich immer relativ einfach, weil ihr da halt keine Achse braucht, die sich halt lenken kann, sondern innere dann halt einfach die eine Kette, dann geht das Ding nach rechts und nach links. Ich weiß gar nicht, wie man das genau hier damals gesteuert hat. Ich glaube mit dem Teil und dann mit dem K... Ja genau, mit dem K... Achso, das... Genau, hier ist das Teil dran und da war ein Kabel dran und dann konnte der mit durch die Gegend fahren. Kabel, ähm, ferngesteuert, Kabelautos fand ich immer schrecklich, also wenn man da mit der Fernbedienung hinterher gehen musste. Ich hatte so einen Radlader damals mit so einem Kabel dran, fand ich gar nicht schön. Dann, ähm, haben wir hier nochmal ein Haus, sieht auch nett aus. Dann, äh, Supplementaries, da könnt ihr sehen, gab es dann so einzelne Baustein-Sets. Sowas gibt es heutzutage ja nicht mehr. Ähm, da gibt es dann halt eine große Packung, wo ganz viele bunte Bausteine dabei sind. Bei den großen Packungen hat es mich immer gestört, dass da, äh, wenn man jetzt halt schwarze Steine haben wollte, weil man irgendwie, keine Ahnung, was... Also man wollte halt nicht immer so kunterbunt was bauen und schwarze Steine waren halt immer die Steine, die fast gar nicht in diesen bunten Sets drin gewesen sind. Ich glaube, wenn ihr sowas schon mal hattet, dann werdet ihr, werdet ihr verstehen, was ich meine. Hier gibt es noch einzelne Bauplatten. Ich glaube, die Bauplatten hier sind sogar dann, ähm, die einstatt hoch sind, so sehen die jedenfalls aus. Die gab es damals auch noch. Ähm, davon hatte ich auch immer welche, die waren halt ein bisschen fester als diese ganz normalen Baseplates, die ihr sehen könnt. Dann haben wir hier Fabuland. Fabuland hat ja gerade erst seinen Reboot bekommen mit der Lego Trolls-Reihe. Nein, natürlich nicht, aber ich finde, die Lego Trolls sind so ein bisschen das Fabuland von damals. Ähm, das hatten wir beim Nachbarn. Ähm, ein sehr guter Freund, der hatte auch so Fabuland-Kram damals, ähm, halt auch von seinem Vater bekommen. Der hatte, glaube ich, irgendwie so ein Teddybär oder sowas. Die waren halt immer die Monster, die dann irgendwie angegriffen haben, wenn wir nicht mehr genug Star-Wars-Droiden hatten. Auf jeden Fall, seht ihr auch hier, Großbausteine kann man nicht so gut integrieren mit den anderen. Denn die waren halt immer so sperrig, wenn man, also, ich hatte, wir hatten damals auch so eine große Lego-Kiste, wo halt alles rein war. Und solche großen Teile sind halt immer sperrig gewesen, fand ich zumindestens. Dann haben wir nochmal mehr Fabuland. Da haben wir dann hier Maximilian Maus, Paul Parrot, Boris Bulldog, Hugo Hawk. Und der braut sich dann hier seinen Trank zusammen. Ich glaube, das gibt es auch irgendwie so ein Kannibalen-Set, wo dann das Schwein selber irgendwie so eine Schweinesuppe oder sowas macht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dann haben wir Hannah Hippo to Maus, also Hannah Hippo, glaube ich. Dann haben wir hier nochmal, ach, guck mal, Bilderbuch gab es damals auch zu, Fabuland. Und ja, also ich mir persönlich wäre das zu unkreativ gewesen, da einfach nur sowas aufeinander zu stecken. Auch wenn das jetzt hier für drei bis sieben Jahre war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt so großen Spaß an diesen Fertigbauteilen gehabt hätte. Weil dann hätte man ja eigentlich auch direkt Playmobil nehmen können. Dann haben wir hier nochmal Einzelminifiguren. Genauso wie dann hier die ersten Schiffe. Jetzt können wir richtig anfangen. Ihr seht, damals gab es halt solche, ja, solche Art Fertigteile mit den Schiffen drin. Die konnten dann auch noch in der Badewanne schwimmen und so weiter. Ihr konntet dann das graue Teil rausnehmen und dann halt das Wasser rauslassen, falls es mit Wasser vollgelaufen ist. Da gab es dann einmal das Feuerboot, sowie dann hier einmal den Frachter. Und hier dann nochmal, ähm, ah, ein Ocean Tuck. Okay, also ich glaube, das sind dann wohl die Bösen. Ihr seht, hier, die werden von der, von der Polizei dann angehalten. Auch nette Sets zum Spielen, also in der Badewanne Lego spielen, das ist immer was sehr, sehr Tolles gewesen. Das Teil hier, ah, ein 6-rädrigen Damper. Den habe ich damals auf dem Flohmarkt, glaube ich, gekauft. Oder eine Version vorher oder nachher, glaube ich, noch. Das war auch, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, das Ding zu kaufen. Aber ich habe diesen komischen Damper damals auf dem Flohmarkt gekauft. Dann gab es hier noch den Firetruck, sowie den Police Office Van. Eine Tankstelle, eine Tankstelle, ähm, tatsächlich, wo man auch noch reingehen kann, gab es damals noch. Ähm, dann hier die Firestation, die hatte dann extra so eine Baseplate. Ihr könnt sehen, wo dann halt hier die Straße sich so aufspaltet. Diese, das war halt auch alles modular. Ihr konntet halt Straßenplatten kaufen und das halt an die Straßenplatte hier dran bauen. Ähm, die nächste Straße, wo ihr dann mit den Autos langfahren konntet. Das geht zum Beispiel ja heute nicht mehr. Ähm, wir kommen gleich noch zu den Straßenplatten und da erkläre ich euch das Problem. Die Polizeistation gab es, dann eine Villa, sowie ein Holiday Home. Und dann hier, ähm, könnt ihr nochmal sehen, ein Bagger. Der Bagger, der achte, so einen hatte ich damals tatsächlich auch noch in der City-Reihe. Da konntet ihr dann hier oben drauf drücken und dann hat sich halt die Schaufel unten geöffnet. Dann haben wir einen, einen Ambulance with a Stretcher. Ha, jeder, der die Lego-City-Werbung kennt, äh, Lower the Stretcher, wird jetzt hier kennen, was das mit dem Stretcher auf sich hat. Haben wir einen Hamburger-Stell, also ein, ähm, naja, eine Hamburger-Küche. Den, äh, den Koch hatten wir damals auch immer gehabt. Ähm, der war dann, den hatten wir dann für Saruman benutzt. Ähm, Saruman hatte dann noch einen weißen Bart vom Weihnachtsmann und diesen, diesen Koch, dieses Koch-Outfit, als, ähm, als es Saruman noch nicht als einzelne Minifigur damals gegeben hat in der ersten Herr-der-Ringe-Reihe. Dann haben wir hier, ähm, äh, fünf bis zwölf Jahre. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier größer ist als der Rest. Ich glaube, das war so ein Flyer, der drin lag. Auf jeden Fall seht ihr hier einmal das Post Office, so wie dann den, äh, Repair-Shop. Ähm, dann hier nochmal das Police-Car, ein Parcel-Van, also Paketwagen. Dann ein Motorway-Maintenance-Truck, hier dann halt für die Autobahn. Ähm, sowas habe ich in echt leider noch, tatsächlich noch nie gesehen in blau. Vielleicht gab es damals blaue Maintenance-Wagen. Wissen wir alles nicht. Ein Medical Center, auch sehr, sehr basic gehalten. Also, ja, nur simpel gehalten, sagen wir es so. Hier aber immer schön mit den Baseplates mit dabei. Ihr seht, ähm, damals konntet ihr alles modular zusammenstecken. Also da musstet ihr dann halt nicht nochmal extra für, äh, 15 bis 8 Euro so eine Baseplate kaufen. Dann haben wir hier nochmal einen Feuerwagen, einen Motorbike-Transporter, ein Red Cross-Helikopter mit zwei Piloten und nochmal einen schönen Lego-Truck. Ich glaube, den gab es auch nochmal als Exklusiv-Set etc. Und dann hier nochmal Straßenschilder, alle bedruckt, glaube ich sogar. Ähm, dann haben wir hier die legendären Straßenplatten. Ähm, ihr könnt sehen, damals waren die Straßenplatten noch größer. Da hattet ihr dann hier, ich glaube, 8 Stats war das weit, oder 10 Stats kann es auch gewesen sein. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war das immer damals so. Ähm, wir hatten so ein paar von diesen Straßenplatten damals von, ähm, meinem Kumpel, der halt, dessen Vater halt mit Lego gespielt hat. Und der hatte diese alten Straßenplatten noch und die waren halt fantastisch zum Bauen. Wenn man nicht so viele Steine hat für eine Stadt, dann reicht dieser Streifen hier vollkommen aus, um da ein Haus draufzubauen. Und dann haben wir halt immer hier ein Haus draufgebaut und wir brauchten dann nicht dahinter nochmal eine komplette Baseplate. Aber heutzutage ist es halt so, das sind halt nur so ein paar Mini-Stats, wo man halt ein Haus draufbauen kann auf den neuen Straßenplatten. Das ist immer, also da würde ich wirklich wünschen, dass man die Straßenplatten nochmal zurückbringt. Natürlich, da ist weniger Platz für Autos, aber es klappt auch irgendwie so. Also man muss ja nicht die Straßenverkehrsordnung in der Lego-Stadt befolgen. Hier könnt ihr nochmal die Straßenplatten in Action sehen. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Fahrzeuge. Schaut euch an, wie viele Fahrzeuge das wirklich sind und wie viele einzelne Minifiguren. Wirklich sehr, sehr toll. Hier haben wir dann nochmal einmal die Legoland Castle, also die Yellow Castle mit noch Brick-Build-Pferden. Irgendwann muss ich das Ding, glaube ich, auch nochmal bauen. Race the Drawbridge. Wirklich ein, ja, ikonisches Set, könnte man schon fast sagen. Dann fangen wir jetzt hier mit Space an. Und Space, ihr kennt mich, ich bin absolut nicht der Beste, wenn es um Space geht. Aber ich kann euch halt beschreiben, wie ich damit früher gespielt hätte. So eine Space Station, da gab es halt diese coolen Platten, wo halt diese Hügel noch mit drin waren. Und ihr könnt sehen, die sind wirklich in sehr vielen Sets mit drin. Da ist eine Straßenplatte mit Hügel drin. Da, da, da. Da konnte man nochmal genau diese 2x2, nee, 4x4 Roundplates reintun in diese einzelnen Löcher da. Coole Sets auf jeden Fall. Die Spacemans sind natürlich jetzt ein Klassiker-Retro. Diese Police, diese einzelnen Polizeischiffe, die fand ich noch, da war ich noch nie so wirklich ein großer Fan von. Auch jetzt, als das Spaceship, Spaceship von Benny rausgekommen ist, bin ich da jetzt auch nicht hinterhergelaufen. Aber ich denke, da gibt es viele, bei denen das halt die vollkommene Kindheit gewesen ist. Das hier sieht schon, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also kann man bestimmt gut mitspielen. Und dann haben wir hier das Space Patrol Craft. Auch schöne kleine Sets mit Minifiguren drin. Ich sag immer, man braucht kleine Sets, die cool sind. Denn, ähm, als Kind hat man nicht immer das Geld auf der hohen Kante, um sich halt so ein Riesenset zu kaufen. Ist ja auch immer die Sache bei Star Wars. Bei Star Wars steigt man mit 10 Euro ein und dann kriegt man nur so einen ollen Mikrofighter. Bin ich persönlich gar kein Fan von. Da bräuchte man immer wieder kleinere Sets. Ein Set mit vielleicht irgendwie einem Geschützstand, einer Minifigur drin. Oder halt wie zum Beispiel das Final Duel Set aus Episode 6. Besser geht's eigentlich gar nicht. Dann haben wir hier nochmal mehr Space Sachen. Ihr könnt sehen, da gab's riesen Auswahl an kleinen Sets. Auch klar, die kleinen Sets werden halt nicht mehr so häufig gemacht. Ich denke mal, weil Lego halt einfach, wenn man so ein kleines Set herstellt, da kriegt man halt nicht den Gewinn raus, den man jetzt kriegt, wenn man jetzt ein großes Set herstellt. Dann haben wir hier Railways. Und damals waren die Eisenbahnen noch gut. Schaut euch an, wie viele Eisenbahnen es hier gab. Das geht hier noch überall weiter mit Eisenbahnen. Und heutzutage kriegen wir nur diese labbrigen City-Eisenbahnen. Eisenbahnen, ja. Ich find's schade. Hier konntet ihr damals noch die Schienen dann selber zusammenbauen. Ja, hat mich ein bisschen genervt damals. Ich hab halt diese blauen Schienen von meiner Mutter damals bekommen. Die hatte ich dann halt einfach so als Zusatzschienen zu den anderen benutzt. Man musste halt ein bisschen tricksen mit dem Übergang. Zum Beispiel mit Tesafilm könnt ihr das gut machen, wenn ihr da jetzt nichts beschädigen wollt. Oder da halt ganz, ganz simpel bauen wollt. Dann könnt ihr sehen, hier gibt's eine Dampflok. Diese Dampflok oder so ähnlich bekommen wir jetzt als so gratis Set im Lego-Store. Dann haben wir hier, das weiß ich genau, da gab's, wenn man hier gegen das Ding gegenfährt, dann löst es irgendwas aus. Ich glaub, da ist der Motor tatsächlich drin. Genau, könnt ihr sehen, da ist die Metallschiene in der Mitte. Und wenn ihr da halt gegenfahrt, dann geht der Motor aus. Irgendwie so war das. Ich hatte leider nie diese alten Sets mit Motoren. Aber man musste sich halt irgendwie zu helfen wissen. Und das ging halt, indem das halt hier den Schalter dann ausgelöst hat. Dann, genau, hier könnt ihr nochmal sehen, da ist der Motor halt unten rangebaut an die Lokomotive. Und dann geht's hier weiter mit den 8- bis 14-Jährigen. Och, schaut euch das an, was für ein Träumchen das sein muss, hier auf dem Boden zu sitzen und das alles aufzubauen. Viele Kabel, klar, das erinnert so ein bisschen an die McLean-Eisenbahn. Finde ich ehrlich gesagt das Konzept von heute besser, dass es halt direkt an die Lok geht und nicht mehr mit Stromabnehmern in den Schienen. Ich weiß, da gibt's die einen Fans von dem einen und die anderen Fans von den anderen. Ich hatte damals auch mit McLean so ein bisschen gespielt. Und da fand ich das ein bisschen nervig, dass man immer das an den Strom angestellt haben musste. Aber, wie gesagt, kann hier ja seine eigene Meinung haben. Hier verschiedene Weichen gab's dann noch, halt hier das Set für den Strom. Dann gab's hier nochmal diesen, ja, ich glaub so ein Intercity EC, IC, EEE. Ich weiß leider nicht den korrekten Namen von den Zügen. Ich liebe Züge, ich bin aber kein Zugexperte, das möchte ich an der Stelle sagen. Ich glaub ein TEE war's da tatsächlich damals bei den Zügen. So ähnlich sieht der hier aus, finde ich. Dann halt noch mit deutscher Bahn drauf, mit dem DB-Logo. Sehr cool, würde ich mir einfach so mal wünschen. Oder hier so einen schönen Dieselzug. Sowas brauchen wir heutzutage einfach. Es fehlt einfach. Und vor allen Dingen, dass man halt auch diese einzelnen Sets einzeln kaufen kann. Klar, das ist vielleicht nicht sowas für Kinder, die halt, die haben halt keine Lust, da jetzt irgendwas zu basteln oder sowas. Aber ein bisschen mehr bei den Zügen sollte Lego echt raushauen. Und als jetzt so ein labbriges Promo-Set haben wir hier nochmal einen Zug, also wirklich Züge noch und Löcher. Dann hier, genau, das sind die Stücke, damit ihr das elektrifizieren könnt, wie ihr hier sehen könnt, damit das durch die Gegend fährt. Einen Bahnübergang gab's damals dann auch noch. Ich glaub, der ist auch wirklich hochgefahren. Mega cool. Dann hier, solche Sachen hier gibt's alles gar nicht mehr aus Lego. So, zum Beispiel hier so ein Dump-Truck, so ein Post-Container, so ein Post-Wagen und sowas. Einen einzelnen Wagen. Sowas gibt's heutzutage einfach nicht mehr aus Lego. Schade, schade. Hier nochmal einen einzelnen Wagen, nochmal einen einzelnen Wagen, äh, einen einzelnen Wagen, mit dem ihr hier was anheben könnt. So ein Bahnübergang, ein Bahnhof überhaupt, der gut aussieht. Tja, also für damalige Verhältnisse sieht er echt gut aus. Heutzutage natürlich nicht mehr. Dann haben wir hier die Anfänge von Lego Technik. Seht ihr noch hier, wie das alles erklärt wird? Nett. Muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich überhaupt nicht wohl mit diesen Lego Technik Sets. Ich bin bei Lego Technik so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen voreingenommen. Ich liebe große Lego Technik Sets. Das heißt, ich liebe zum Beispiel den Volvo Radlader und ähnliche Sets. Aber bei den kleineren Sets, da interessiert mich das meistens nicht so sehr. Ja, und hier finde ich den Mix aus den, ähm, Pins, also aus diesen Technik Bricks und den Technik Steinen irgendwie nicht ganz so ansprechend. Trotzdem nette Sachen hier mit dabei. Hier zum Beispiel so ein Bulldozer. Ähm, das Auto, finde ich, sieht ein bisschen komisch aus. Es ist natürlich halt nur die Chassis für ein Auto. Würde mich mal interessieren, wie sowas heute aufgenommen werden würde, wenn man einfach so ein Chassis rausbringen würde, plus halt ein paar Steine. Und dann könnt ihr sehen, da gab es dann die ersten, äh, nur ein paar Motoren. Das ist dann die Fernbedienung gewesen, mit dem, mit dem ihr halt hier den Motor dann bedient habt. Ähm, ja, schon alles sehr simpel. Und schaut euch das an. Es gab damals auch Legosteine einzeln zu bestellen. Gibt's natürlich heute immer noch, aber das wird dann halt nicht mehr so offen beworben, wie jetzt hier im Katalog. Und am Ende könnt ihr natürlich euch nochmal für den Legoclub anmelden. Also, wenn ihr ein Kind gewesen seid oder ein Kind seid und nicht im Legoclub gewesen seid, ähm, oder seid, dann, ähm, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Ein Leben ohne Legoclub und eine Kindheit ohne Legoclub ist auf jeden Fall traurig. Und wir haben jetzt auch schon hier wieder 25 Minuten auf der Uhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verlinke euch hier noch alle anderen Katalogvideos. Habt einen ganz schönen Tag und ciao.